Ich hoffe, dass er auch Ihnen große Freude bereiten wird. Herzlich willkommen, hier ist Nevio, sein aktuelles Album Due. Heute aber nochmal, Amore per sempre. Chiudevo gli occhi e vedevo te. Allora vivevo già nella mia fantasia, il sogno di una realtà. E ora tu ci sei. It's only three words. Amore per sempre. Cause living this life is all I can do. It's only three words. Amore per sempre. And you always get what's coming to you. It's only three words. And you always get what's coming to you. And you always get what's coming to you. Amore per sempre. Sono solo un cantante. Per certi arrogante. Ma non mi venderò. Non mai. Chi mi ama davvero. Sa che è sincero. Quello che c'è. Dentro ognuna di queste mie notte. Perché sono parte di me. And you always get what's coming to you. It's only three words. I'm on a press and play. Cause living this life is all I can do. It's only three words. I'm on a press and play. And you always get what's coming to you. Con la voce io grido Tutta la rabbia e la vita che in me. Alla musica fido Quel che un uomo Ha da dire di sé There is something about you Something around you I cannot explain It's only three words. I'm on a press and play. Cause living this life is all I can do. It's only three words. I'm on a press and play. And you always get what's coming to you. It's only three words. Vielen, vielen Dank, grazie. Amore per sempre. Nehmiro, meine Damen und Herren. Dankeschön. Herzlich willkommen. Danke. Nehmiro, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber es gibt zwei untrügliche Zeichen, dass man es geschafft hat. Das eine ist natürlich, wenn das Publikum die eigenen Lieder mitsingt. Und das andere ist, wenn aus den Kerzenleuchtern Feuerwerk kommt. Das ist unglaublich. Super. Vielen Dank nochmal für die Unterstützung. Danke. Das ist dein Publikum. Dankeschön. Vielen Dank. Sie darf ich einladen, gleich noch bei uns Peter Maffay zu erleben. James Morrison. Take that. Und eine Liebesgeschichte, ein Happy End. Nach vielen Jahren endlich sind zwei glücklich vereint, die wir Ihnen auch gleich noch vorstellen. Und jetzt können Sie eine wunderbare Reise gewinnen. Also rufen Sie an und beantworten Sie folgende Frage. Er wüsste Sie aus dem FF. Bis gleich. Bleiben Sie dran. Erleben Sie Gefühle so tief wie der Indische Ozean. Gewinnen Sie mit der aktuellen Kusho-Rocz.